Hi zusammen, wir sind Dan und Jule und heute stellen wir euch den Baerbohr Country Parcours Riaco in Südtirol vor. Dan schießt den Pentalon Creed mit Slimline Timberpfeilen. Und Jule schießt heute den Bogen Hopi von Pentalon mit ebenfalls Slimline Timberpfeilen. Wie immer könnt ihr auch hier euer Ticket vor Ort kaufen oder online unter www.baerbohr-products.com. Zu Beginn sind erstmal ein paar steile Höhenmeter zu überwinden. Die Anstrengung wird aber sofort mit einer Mega-Aussicht belohnt. Der Schuss auf die Raubtiere ist im wahrsten Sinne des Wortes eine wackelige Angelegenheit. Auch hier schön zu sehen, wie liebevoll und kreativ Andrea die Zielgruppe ist. Von der freien Fläche aus geht es dann direkt in den Wald. Hier genießt man den Schatten und trifft gleich aufs nächste 3D-Ziel, das man allerdings erstmal finden muss. Fürs Durchatmen ist hier auch gesorgt mit einem schönen Rastplatz zum Verweilen. Hier wurde es etwas steinig und tatsächlich ging man erster Pfeilflöten. Megaspaß hatte ich beim Schießen auf dem dreidimensional schwingenden Podest. Bei diesem tollen Panorama dürfte natürlich ein Erinnerungs-Selfie nicht fehlen. Die absolute Besonderheit hier, der 100 Meter Schuss vom Podest nach unten auf die Bisons. Alles in allem war der gesamte Tag auf dem Parcours Riaco ein komplettes Highlight. Ob Panorama- oder Waldliebhaber, Fans für Besonderheiten und dem Gewissen etwas kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. Viel Spaß! Lasst die Pfeile fliegen! Euer Dan Und eure Jule Ich bin tę Pfeile für Besonderheit.